Viele Asylwerber haben die für Anträge nötigen Deutschkenntnisse bereits erworben. Für das gesellschaftliche Weiterkommen reichen diese Sprachgrundkurse allein nicht aus. Aus diesem Grund hat ein Schwächeter Verein nun einen Integrationskurs für Fortgeschrittene organisiert. Neben der Verbesserung der Sprachkenntnisse vermittelt der Verein Integrationslotsen auch Werte für das Zusammenleben in Österreich. Dabei handelt es sich um große Themen wie Menschenrechte, Gleichberechtigung oder Demokratie. Und wie das Prinzip der Demokratie funktioniert, erfahren die Teilnehmer unter anderem von Besuchern aus der österreichischen Parteienlandschaft. Wir haben auch alle Parteien in Schwächert eingeladen, dass die Parteienvertreter in Schwächert zum Kurs kommen und eine Stunde lang ihre Partei präsentieren. Nicht so sehr jetzt, weil die dürfen nicht wählen, sondern es geht darum, dass man sieht, es gibt verschiedene Parteien. Aber diese Parteien haben alle erstens einmal die Grundwerte gemeinsam, die Grundsätze, Demokratie, Menschenrechte, Gemeinschaft. Die sind gemeinsam. Und dann gibt es natürlich Parteien, die mehr Wirtschaft oder mehr Soziales oder mehr Umwelt berücksichtigen wollen. Aber vor allem diese Parteien können miteinander reden und können miteinander Schwächert gestalten. Und das ist auch eine wichtige Botschaft, weil in Afghanistan zum Beispiel oder in Syrien, Irak, da heißt Partei, dass man eine Brigade hat und kämpft. Und das ist bei uns nicht so. Wir kämpfen mit Worten, aber nicht mit Gewehren. Darüber hinaus stellen die Kursbetreiber auch andere Gipflogenheiten fest. In Afghanistan, in Syrien, im Iran, da sagt man nicht nein. Da sagt man nicht nein, sondern man sagt einmal ja und dann kommt man halt nicht. Oder dann macht man es halt nicht. Aber man kann nicht, man hat nie gelernt, nein zu sagen. Man hat nur gelernt zu sagen, wenn man nein sagt, kommt jemand mit dem Gewehr. Und das ist auch ein wichtiger Schritt, dass man versucht, seine Meinung zu sagen und die Meinung so sagt, dass man sie auch versteht. Und dass man auch sagen kann, okay, das ist jetzt eine andere Meinung, aber man kann noch darüber reden. Und der erste Schritt ist einmal, dass man lernt, sich auszudrücken und dass man lernt, nicht jeder, der eine andere Meinung hat oder ein bisschen eine andere Meinung hat, ist gleich ganz böse. Ziel dieses Kurses ist es, solche Schwierigkeiten zu überwinden. Hauptsächlich Asylwerber, die bereits Deutschgrundkurse abgeschlossen haben, nehmen hier teil. Die Asylwerber sind auf uns zugekommen und wollten diesen Kurs besuchen. Sie sind hochmotiviert. Zu den Inhalten wäre zu sagen, es gibt natürlich vorgeschriebene Richtlinien, was wir abgehalten werden muss, welche Inhalte vermittelt werden müssen, welche Grammatikpunkte vermittelt werden müssen, aber wir im Verein wollen zusätzlich auch ein Werte- und Orientierungswissen vermitteln. Sprich, die österreichische Kultur und unsere Werte. Einfach, weil das das Leben miteinander und in Österreich für die Kursteilnehmer erleichtert. Und was mir persönlich wichtig ist, an jedem Kurstag, neben der Vermittlung, eben der Grammatik und dieses Werte- und Orientierungswissens, einen Bezug auch zum Heimatland herzustellen, eine Brücke zu finden. Und das bringt dann oder regt dann eine Diskussion an. Der Kurs läuft an die drei Monate und beinhaltet 16 Stunden pro Woche. Die Teilnehmer selbst sind hochmotiviert. Ich komme zum Deutschkurs, weil ich Sprache sprechen hier. Ich muss Deutsch sprechen, ich kann nicht mit meiner Mutter Sprache hier leben. Ich komme jeden Tag zum Kurs, weil der Kurs sehr, sehr wichtig ist, weil ich hier leben möchte. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich in Österreich lebe. Und ich wohne in Grammatneissedeln. Ich nehme, ich fahre mit dem Zug bis Lansendorf und ich steige in Lansendorf bis Schwächert. Ich fahre mit dem Mainfahrer. Ich bin auch Direktor und Producer und in Zukunft. Ich kann gut Deutsch sprechen, weil ich brauche gute Arbeit und Kontakt. Ich muss, wenn ich jede Person brauche, eine gute Zukunftsarbeit haben. Und ich muss sprechen, kann Deutsch sprechen. Und jede Person kann nicht Deutsch sprechen, nicht haben gute Zukunft. Sie müssen ja auch einen Teil davon finanzieren. Wie schaffen Sie das? Ja, ich schaffe früher, ich kann nicht bezahlen, statt bezahlen früher. Aber jetzt, ich muss bezahlen drei Monate oder P1 50 Euro. Und ich bezahlen jede Woche 5 Euro oder 10 Euro. Also bis drei Monate, ich muss bezahlen 50 Euro. Der zu leistende Eigenbetrag von 50 Euro ist für Asylwerber viel Geld. Ansonsten finanziert sich der Kurs zum Großteil aus Spendengeldern des Vereins. Integration heißt schon, dass der Weg, den die Immigranten und Flüchtlinge und Asylwerber zurücklegen müssen, ein sehr weiter Weg ist. Also grundsätzlich geht es um einen sehr weiten Weg. Und die Österreicherinnen und Österreicher sollten sie natürlich begrüßen und aufnehmen. Aber es ist klar, der Weg, den die Flüchtlinge zurücklegen müssen, ist weiter als der Weg, den die Österreicher zurücklegen müssen. Und jetzt geht es nicht darum, um Folklore oder Brauchtum und Schnitzel essen, sondern es geht darum, dass man friedlich zusammen wohnt. Und jetzt geht es darum, dass der Weg, den die Flüchtlinge zurücklegen müssen,